Herzlich Willkommen zu diesem Video. Es geht um ein einfaches Verfahren, mit Hilfe eines Computers normal verteilte Pseudo-Zufallszahlen zu erzeugen. Die Idee dazu geht auf den britischen Statistiker George Edward Palembox und den US-amerikanischen Informatiker und Statistiker Mervyn Edgar Muller zurück. Das Verfahren heißt kurz die Box-Muller-Methode. Der folgende Satz beschreibt die Methode. Es seien x1 und x2 stochastisch unabhängige und je im Einheitsintervall gleich verteilte Zufallsvariablen. Definieren wir y1 als Wurzel aus minus 2 mal Logarithmus x1 mal dem Cosinus von 2Px2 und y2 als Wurzel aus minus 2 mal Logx1 mal dem Sinus von 2Px2, so sind y1 und y2 stochastisch unabhängig und je Standard normal verteilt. Approximative Realisierungen von x1 und x2 erhält man über Pseudo-Zufallszahlen-Generatoren, die in gängigen Programmiersprachen oder Statistikpaketen implementiert sind. Die Definition von y1 und y2 zeigt, wie man dann ganz einfach mit Hilfe trigonometrischer Funktionen sowie des natürlichen Logarithmus und der Wurzelfunktion Standard normal verteilte Pseudo-Zufallszahlen erzeugen kann. Man beachte, dass die Realisierungen von x1 Zahlen im offenen Einheitsintervall sind und somit der negative Logarithmus dieser Zahlen positiv ist. Der Beweis des Satzes folgt aus dem Transformationssatz für Lebesgue-Dichten im R hoch n, über den ich ein eigenes Video gemacht habe. In diesem Fall ist n gleich 2 und wir setzen kurz x für den zweidimensionalen Zufallsvektor mit Komponenten x1 und x2. Weiter sei m das offene Einheitsquadrat in der Ebene und die Dichte f von x ist die Indikatorfunktion von m, also identisch gleich 1 auf m und 0 auf dem Komplement von m. Wir definieren jetzt eine Funktion t vom R2 in den R2, indem wir für jedes Paar x1, x2 aus m die im Satz stehende Bedingung übernehmen. Auf dem Komplement von m definieren wir t von x1, x2 als Ursprung im R2. Bei dem, was ich jetzt sage, wird man ab und zu Papier und Bleistift zur Hand nehmen und nachrechnen müssen. Die Abbildung t ist messbar und sie ist auf der Menge m stetig differenzierbar und dort injektiv. Man beachtet, dass 2π mal x2 als Winkel interpretiert werden kann, der von 0 bis 2π läuft, wobei 0 und 2π nicht mit eingeschlossen sind. Wurzel aus –2 mal Logarithmus von x1 kann man als Radius deuten, der strikt positiv ist und beliebig groß werden kann. Damit ist das Bild der Menge m unter der Abbildung t gleich dem gesamten R2. Wir müssen aber etwas wegnehmen. Und das ist die Menge aller Z1, Z2 mit Z1 größer gleich 0 und Z2 gleich 0, also die nicht-negative reelle Achse. Man rechnet auch direkt nach, dass die Determinante der Funktionalmatrix von t durch 2π dividiert durch x1 gegeben ist. Insbesondere ist diese Determinante auf ganz m von 0 verschieden. Ich nehme einmal die Definition der Abbildung t auf m als Memo auf die nächste Folie. Im Folgenden seien die beiden Komponenten von t von x1, x2 mit y1 bzw. y2 abgekürzt. Das zweite Memo betrifft die Menge t von m, die eine geschlitzte Ebene darstellt und zu guter Letzt sei noch einmal die Determinante der Funktionalmatrix angegeben. In unserer Situation greift jetzt der Transformationssatz für Lebesgue-Dichten. Nach diesem Satz hat der zweidimensionale Zufallsvektor y gleich t von x mit den Komponenten y1 und y2 folgende Dichte, die mit g bezeichnet sei. Es ist g von y1, y2 gleich f von t hoch minus 1 von y1, y2 dividiert durch den Betrag der Determinante der Funktionalmatrix von t an der Stelle t hoch minus 1 von y1, y2, falls y1, y2 in t von m ist. Hier bezeichnet t hoch minus 1 die Umkehrabbildung von t auf der Menge t von m. Außerhalb von t von m ist g von y1, y2 zu 0 gesetzt. Ich versehe diese Gleichung mit einem Stern, da sie gleich zitiert wird. Da f die Indikatorfunktion auf m ist, ist der Zähler in der obigen Gleichung gleich 1. Um an den Nenner zu kommen, müssen wir das hier auftretende x1 durch y1 und y2 ersetzen. Ist y1, y2 in t von m, so können wir aber sofort hinschreiben, was y1² plus y2² ist. Da cos²α plus sin²α für jeden Winkel α gleich 1 ist, folgt aus dem ersten Memo, dass diese Quadratsumme gleich minus 2 mal dem Logarithmus von x1 ist. Hieraus ergibt sich x1 zu e hoch minus y1² plus y2² halbe. Setzen wir das für x1 hier oben ein, so ergibt sich g von y1, y2 wie folgt. Dieses 2π hier oben kommt in den Nenner und wir schreiben das als Wurzel 2π mal Wurzel 2π. Die erste Wurzel steht hier und von e hoch minus y1² plus y2² halbe übernehmen wir e hoch minus y1² halbe. Jetzt kommt die zweite Wurzel und das noch fehlende e hoch minus y2² halbe. Dass g außerhalb von t von m zu 0 gesetzt wurde, können wir durch Multiplikation mit dieser Indikatorfunktion ausdrücken. Wir können hier t von m aber auch durch den gesamten R2 ersetzen. Warum? Weil die nicht-negative reelle Halbachse, also diese Menge hier, eine Nullmenge bezüglich des Bohrer-Lebeck-Maßes im R2 ist. Aus diesem Grund folgt die Behauptung, denn die Dichte zerfällt in das Produkt zweier Dichten und diese beiden Dichten sind Dichten von Standard-Normalverteilung. Damit sind die beiden Komponenten y1 und y2 von y unabhängig und je Standard-Normalverteilung. Damit ist der Beweis beendet. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Anschauen und für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar.